Hallo zusammen, willkommen in mein neues Video hier auf meinem YouTube-Channel. Schön, dass ihr euch reingeklickt habt hier zu diesem Video auf meinem YouTube-Channel. Heute möchte ich euch ein paar Wörterbücher vorstellen und ein paar Internetseiten, die ich hier auf das Wort aufgeschrieben habe und auch auf der Rückseite vorstellen. Gebt euch ein paar Tipps und Tricks, was ihr in der Sommerzeit machen könnt und damit wir keine Zeit verlieren, was geht und viel Spaß dabei. Ja, ich habe euch auf Tipps, wie ihr in der Schule lernen könnt und Tipps und Tricks euch über die Wörterbücher geredet. Und heute habe ich mir gedacht, zeige euch die Wörterbücher, wie die aussehen, wie viel die kosten und so und ja, fangen wir mal an. Ich habe zwei Wörterbücher von Rangenscheid und zwar beide Wörterbücher sehen so aus. Ich hoffe, dass ihr lesen könnt, so sehen die auf der Rückseite aus und die sind die Wörterbücher von Rangenscheid, Serbisch-Deutsch und Deutsch-Serbisch. Diese Rangenscheid-Wörterbücher könnt ihr ja bei Talia finden und die kosten haben nicht so viel Geld. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel die gekostet haben, aber ich glaube, ich schätze mal so um die 7 Euro, also 6,99 Euro. Und das zweite Wörterbücher von Rangenscheid ist ein Universalwörterbuch, amerikanisches Englisch. Bei beiden Wörterbüchern sind 30.000 Wörter. Außerdem bei diesem Wörterbuch gibt es auch ein bisschen Grammatik und so. Ein paar interessante Verben, Adjektiven und ja, ich finde beide Wörterbücher sehr, sehr gut. Damit könnt ihr sehr, sehr gut die Sprachen lernen oder halt wenn ihr Hassaufgaben schreibt, helfen die ganz gut, um das Wörter einfach zu übersetzen, was ihr halt nicht versteht und ja. Jetzt zeige ich euch die zwei mazedonischen Wörterbücher, die ich zu Hause habe. Und zwar, es ist einmal von Topper, sieht so aus, heißt rasgowornig, also ja, wie soll ich sagen, ein normales Wörterbuch, wo halt viele Wörter stehen, Grammatik, da stehen auch, das ist die Inhalt, da stehen auch Sätze, wie ihr telefonieren könnt, wie ihr mit der Familie reden könnt oder wenn es um Hotel und Restaurant geht, gibt es ein paar interessante Wörter, wenn es um Gesundheit geht oder halt wenn man eine Ausbildungsstelle sucht oder wenn man in der Bank arbeiten möchte oder halt wenn man in der Post arbeiten möchte, halt in Geschäften und so weiter. Und die, die die Wörter verstehen können, können die verstehen, ansonsten, ich finde dieses Wörterbuch sehr, sehr gut. Nächstes Wörterbuch, was ich euch zeigen möchte, sieht so aus, ja, so sieht der aus, auch von der Rückseite, genau so, er ist von der Firma Prostetnodevo und da stehen viele Begriffe, wenn es um Reisen geht, um Computer, wenn es um Grammatik geht, wie man die Wörter richtig sagen bzw. reden kann. und da stehen auch ein paar Sätze, die sehr, sehr wichtig sind, halt im Alltag oder bei der Arbeit oder in Ausbildung als auch in Schule, Uni und so weiter. Ich habe euch über die Wörterbücher von Duden geredet und zwar, das waren die zwei Videos, einmal die Tipps und Tricks und einmal, wie ihr besser in Schule lernen könnt bzw. verstehen könnt und ich habe die Wörterbücher hier dabei. Es sind insgesamt drei Wörterbücher und ich zeige euch jetzt alle drei. Erstmal haben wir das Bedeutungswörterbuch, sieht so aus, so sieht es auf der Rückseite. Da sind insgesamt 20.000 Stichwörter als auch Definitionen, Bedeutung, Synonyme, Grammatik ist auch dabei und außerdem stehen die Wörter, wie man die gut aussprechen kann und wie man die auch lesen kann. Ich finde dieses Wörterbuch sehr, sehr gut. Mir hat dieses Wörterbuch sehr geholfen, wenn es um Hassaufgaben geht, Quasuren, Tests, Arbeiten, egal was. Er hat mir sehr, sehr gut geholfen. Ja, nächstes Wörterbuch ist wieder von Duden. Die deutsche Rechtschreibung sieht halt so aus, so sieht auch die Rückseite aus. Hier sind insgesamt 140.000 Stichwörter mit über 500.000 zusätzlichen Angaben. Und da stehen auch ganz unten die Preise. Hoffe, dass ihr es sehen könnt. Alle drei Wörterbücher kosten 25 Euro und die gibt es bei Talia Arts auch in der Online-Shop von Duden. Das gilt auch für die anderen Wörterbücher, wie von Langescheid, Prosvet Nodelo und Topper. Und ja, ihr könnt auch das Wörterbuch auch runterladen auf Google Play oder App Store, als auch bei Microsoft. Und ihr könnt dann leichter die Wörter lernen. Nächstes Wörterbuch ist wieder Duden. Die Grammatik sieht halt so aus und so sieht auch die Rückseite aus. Der kostet genauso wie alle anderen drei Wörterbücher 24,95 Euro und da ist genau gesagt die Grammatik richtig erklärt. Hat die vier Fälle Präsenz, Vergangenheit, Zukunft, Präsenperfekt, Imperativ und so weiter und so weiter. Und dieses Wörterbuch habe ich auch am meisten benutzt, so wie das Bedeutungswörterbuch und auch das Rechtschreibungswörterbuch. Und das letzte Wörterbuch, was auf Deutsch-Mazedonisch ist, sieht so aus. So sieht der aus und so sieht auf die Rückseite aus. Hier steht kurze Grammatik der deutschen Sprache, Reaktion der Wörter, deutsche idiomatische Wendungen und ihre mazedonischen Entsprechungen, neue deutsche Rechtschreibung. Hier könnt ihr es ganz unten auf Deutsch sehen, was steht. Und hier steht dann auf Mazedonisch. Ich weiß nicht, aus welchem Firma es ist. Also von Istavatschka Kucha Venezia steht hierhin. Ich weiß nicht, ob ich die Internetseite von diesem Haus finden kann. Aber wenn ich halt finde, werde ich dann unten in der Infobox schreiben. So, das waren alle Wörterbücher, die ich halt zu Hause habe. Jetzt werde ich euch ein paar interessante Seiten vorstellen, die ihr halt im Internet finden könnt und so. Wenn es halt um Filme geht, Serien, Freizeitaktivitäten und so weiter. Jetzt geht es los. Erstmal fangen wir an, wenn es zum Einkaufen geht. Ja, ich habe, wie ich gezeigt habe, habe ich hier richtig viele Internetseiten geschrieben. Was ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann und ich euch vorstellen kann. Ja, ich habe zwei Internetseiten gesucht, wenn es zum Einkaufen geht und so. Beziehungsweise, wenn ihr halt sparen könnt. Ihr wisst schon, dass viele Geschäfte wie H&M, C&A, Taco, was gibt es noch? Pik und Kopenburg und so weiter seine eigene Internetseite haben. Genau gesagt, ihr könnt die Internetseiten von allen Geschäften suchen, wo ihr halt Schuhe als Sachen, Quamotten kaufen könnt. Und jetzt werde ich euch ein paar interessante Quamottengeschäfte vorstellen, wo ich am meisten einkaufen gehe und wo die mir gefallen. Ja, erstes Geschäft ist C&B, zweites Geschäft ist Taco, am meisten von da gehe ich Quamotten kaufen. Drittes Geschäft ist Pik und Kopenburg, obwohl Pik und Kopenburg ein bisschen teurer ist. Aber ich finde, die haben sehr, sehr gute Quamotten. Dann empfehle ich euch Intersport, da könnt ihr viele Sportquamotten finden. Dann geht es mit Primark. Leider hier Primark gibt es halt nicht in Hagen, aber ihr könnt Primark in Essen und Dortmund finden. Dann, wenn es wieder um Schuhe geht, ist Schuhe Center, CMS, ich liebe dieses Geschäft. Und zu guter Letzt, Renault. Und CC, die sind die Geschäfte, wo ich am meisten einkaufen gehe, wenn es um Schuhe geht oder halt Quamotten und so. Und außerdem empfehle ich euch noch Deutschmann. Ja, da könnt ihr richtig viele Schuhe finden, Taschen und so weiter. Ja, wenn es um Filme geht, wenn ihr Filme oder Serien anschauen könnt, werde ich euch jetzt die Internetseite vorstellen. Und zwar einmal Amazon Prime, da könnt ihr richtig viele Filme herausfinden und die euch gefallen. Dann kommt Netflix, da könnt ihr auch richtig viele Filme finden. oder hat Serien. Dann kommt TVNOW, da könnt ihr auch richtig interessante Filme finden. Und ja, dann gibt es die Internetseite Join. Bei, da könnt ihr auch richtig viele Filme gucken. Und guter Letzt sind die, ja, Cinestar, Cineplex, Uzi Kinoveld, Casablanca. Die sind alle Kinos, wo ihr halt richtig viele Filme gucken könnt oder Serien. Und zu guter Letzt kommt Disney Plus. Ich finde, Disney Plus ist meistens für Kinder geeignet. Aber wenn auch Erwachsene Lust haben auf Zeichnen, Trickfilme, dann könnt ihr die auch gucken. Jetzt kommen wir auch zu der restlichen Internetseite, die für Kinder geeignet sind. Und eine Internetseite ist auch für Erwachsene geeignet. Das will ich euch einmal sagen. Die Internetseite, die für Erwachsene geeignet ist, ist super. Da kommen viele Dokusops, viele Filme, Serien, Krimi, Sendungen und so weiter. Für die Quainstein-Kinder kommt die Togolino. Ich finde Togolino sehr, sehr süß, wenn es um Kinder geht, die von drei bis zu, ich weiß auch nicht, bis zu fünf, sechs Jahre, sage ich mal so. Dann kommt die Togolino, das ist schon für die größere Kinder, ab, sagen wir, sechs Jahre bis zu, ja, zehn Jahre oder elf Jahre, kommt drauf an. Dann kommt die Kika. Ich finde die Kika sehr, sehr gut, wenn es um Filme und Serien für Kinder geht. Dann Disney. Ich finde auch Disney sehr, sehr, sehr gut. Und die letzte Internetseite für Kinder ist Nickelodeon oder halt Nick. Ja, das waren so die Internetseite, die für Kinder geeignet ist. Jetzt will ich euch noch ein paar Internetseite für Kochen vorstellen. Und zwar Pinterest. Da könnt ihr richtig viele Rezepte herausfinden, die auch sehr, sehr gesund sind. Dann Chefkoch. Ich finde Chefkoch sehr, sehr gut. Dann die mazedonische Internetseite. Hrano i Vino. Auf Deutsch heißt es Essen und Wein. Dann kommen wir schon mal zu, ja. Und die letzte Internetseite, wenn es um Kochen, Backen geht und so weiter, ist der Rest der Gourmet. Bei dieser Internetseite könnt ihr halt mit dem restlichen Essen, was ihr halt zu Hause habt, etwas halt kochen oder backen oder braten. Und da gibt es verschiedene Essen, die euch sehr, sehr, sehr helfen können. Und jetzt kommen wir zu den letzten Internetseiten, wo ich halt meine Bilder bearbeitet habe. Also für YouTube und so heißt Canva. Da könnt ihr euch viele Ideen herausfinden, wenn es auch um Einladungskarten oder halt Geburtstagskarten geht. Als auch für Hochzeit oder für irgendwelche Fernstattungen oder Feiern. Da könnt ihr halt richtige Ideen sammeln und eure eigene Karte machen. Ja, und zu guter Letzt stelle ich euch Paypal. Das ist eine Internetseite, wo ihr halt einkaufen gehen könnt. Und wenn ihr Paypal-Punkte sammeln könnt, dann könnt ihr dann mit den Paypal-Punkten halt bezahlen. Er gab am meisten das Gild für DM, Reau, Rewe. Damals war Galerie-Kauf auch dabei, jetzt halt nicht mehr. Und es sind noch ein paar Geschäfte, die ihr mit Paypal-Punkten bezahlen könnt. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, obwohl es ein bisschen länger geworden ist. Schreibt ihr in die Kommentare, ob ihr solche Videos von mir sehen könnt. Dann kann ich euch auch eine Internetseite vorstellen, wo ihr halt Musik hören könnt. Oder wenn es um Radio geht. Oder ein paar interessante Sendungen. Schreibt ihr unten in die Kommentare. Nicht vergessen, einen Daumen oben zu geben. meinen Kanal zu abonnieren und die Glöcke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Ansonsten ein schönes Wochenende wünsche ich euch noch. Und wir sehen uns nächste Woche, Donnerstag, mit einem neuen Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Ciao.